Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Wie können wir sicher sein, dass wir über die Zeit dieselben bleiben? Ich werde euch einige Antworten präsentieren und viele offene Fragen. Die Ausgangsfrage. Wir erleben lauter Änderungen an uns selbst. Unser Körper verändert sich, bleibt nicht derselbe. Ähnlich verhält es sich mit unseren Ansichten, Einstellungen und Werten. Über die Jahre und Jahrzehnte unseres Lebens ändern wir uns grundlegend. Andererseits wissen wir irgendwie, dass wir dennoch dieselben sind. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Während wir die Änderungen wahrnehmen, erfahren und erkennen können, bleibt das Gefühl dennoch, dieselbe Person zu bleiben, irgendwie unbewiesen. Das kann man nicht so auf dieselbe Weise erfahren oder sehen, wie die Änderungen zum Beispiel im Älterwerden. Und so wurde diese Frage zu einem klassischen Thema der theoretischen Philosophie. In philosophischen Vokabeln lautet die Frage, worin genau besteht unsere Identität über die Zeit hinweg? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit man von Diachroner, personaler Identität sprechen kann? Einige Antworten für diese Kriterien für Diachroner, personaler Identität aus der Philosophiegeschichte. In der Antike, zum Beispiel bei Aristoteles, überwog die Vorstellung, unsere Substanz, bei Aristoteles die Usia, bleibt über die Zeit identisch, während unsere Akzidenzien, das sind die Zufälligkeiten, sich ändern. Also, da mag es eine Philipp-Thomas-Substanz gegeben haben und die Akzidenzien zu dieser Substanz, wie zum Beispiel das Wissen oder das Alter, sind eben äußerlich, die ändern sich, aber die Substanz bleibt gleich. In der Moderne, zum Beispiel bei John Locke, ändert sich der Fokus, und die Identität der Person wird nicht mehr an der Substanz festgemacht, sondern dadurch gewährleistet, dass ein späterer Bewusstseinszustand einen früheren Bewusstseinszustand mit umfasst. Es geht also konkret um die Kontinuität unseres Bewusstseins und das meint vor allem subjektive Erinnerungen. Also, soweit meine subjektiven Erinnerungen reichen, ist die Identität meiner Person gewährleistet. Da sieht man gleich von der Antike, mit der physischen Substanzdenken, jetzt in der Moderne, geht es eher um das Subjekt, in dem Fall, um die Kontinuität des Bewusstseins. Und ein Beispiel aus der Gegenwartsphilosophie, Derek Parfit, die Identität von Personen besteht weiter, modern, in der Identität ihres Bewusstseins. Doch das Bewusstsein, das ist jetzt neu, ist unabhängig von einem Träger, einem zugrunde liegenden, einer Substanz. Parfit macht ein Science-Fiction-Gedankenexperiment dazu, nämlich, ich werde verdoppelt, repliziert. Es entstehen zwei verschiedene Personen, die beide über dieselben Bewusstseinsidentität verfügen. Dann erkranke ich schwer und Parfit schreibt my replica then assures me that he will take up my life where I leave off. I must admit that he can finish my book as well as I could. Also die Replika lebt weiter mit unseren gemeinsamen Identität des Bewusstseins, also gemeinsame Erinnerungen und auch Begabungen und Themen unseres Lebens. Aber ich muss mich aus dem Leben verabschieden, weil ich durch diese Replikationserfahrung irgendwie tödlich erkrankt bin. Das ist das Gedankenexperiment. und Parfit will einfach dafür argumentieren, es kommt letztlich auf die Kontinuität dessen an, was wir machen, was wir sind, was wir erinnern und gar nicht unbedingt auf uns. Das ist eine sehr radikale ethische Formulierung auch. Ja, das ist also eine Stimme der Gegenwart und dennoch bleiben jetzt viele Fragen offen und darauf kommt es mir jetzt in diesem Beitrag an. Die erste Frage, die ich mal nennen will, wer bin ich? Das ist ja eine typische Frage aus unserer Kultur, aus unserer Zeit. Führe ich eigentlich mein eigenes Leben oder ein irgendwie vorgefertigtes fremdes Leben? Und da können wir fragen, was nützt mir die Diakrone personale Identität eines falschen Lebens? Ja, da merkt man, der Fokus der Frage nach meiner Identität hat sich komplett verschoben. Eine andere offene Frage, denken wir an die moralische Entwicklung einer Heldin in einer Geschichte, zum Beispiel einem Film oder auch einer Geschichte, einem Buch. Und da fragen wir uns, können wir hier wirklich noch sinnvoll unterscheiden zwischen einer zugrunde liegenden Substanz, wie bei Aristoteles ohne Eigenschaften, das wäre dann die Heldin selbst, und andererseits ihren moralischen Ansichten, die sich ändern und weiterentwickeln und doch angeblich nur zufällig oder akzidentiell sind. Geht es nicht bei solchen persönlichen Entwicklungen und Transformationen, wie zum Beispiel in einem Film oder Buch, doch um etwas Substantielles? Also wir sind eigentlich, wenn wir den Film schauen, nicht gewillt zu sagen, die Heldin hat sich komplett geändert, aber das ist nur akzidentiell, nein, wir würden sagen, sie hat sich als ganz, als Person geändert und transformiert. Und auch hier ist die Fragestellung nach der Identität verschoben gegenüber diesen Erwähnten aus der theoretischen Philosophie. Und zwei weitere offene Fragen, bin ich nicht gerade das, womit ich mich identifiziere, zum Beispiel eine religiöse Vorstellung oder bestimmte moralische Werte etc. Und besteht dann das Bleibende meiner Identität also diese Diachrone Selbigkeit nicht gerade in dieser äußeren Instanz. Das ist so eine vermittelte Relation, wie man dazu sagt, ich identifiziere mich mit etwas Äußerem eigentlich, zum Beispiel einer religiösen Vorstellung und committe mich, committe mein Leben dieser Vorstellung und das ist das Bleibende, egal ob ich dabei älter werde oder mich ändere. Auch hier merkt man, die Frage ist eine andere und das nimmt auch die letzte Frage mit auf. Werden wir in unserer Identität nicht gerade durch andere Menschen ausgemacht, die uns brauchen oder denen wir ein Versprechen geben, wie zum Beispiel unsere Kinder, dann wäre die Treue zu einem Ehepartner oder zu den Kindern eigentlich das Bleibende im Wandel. Und auch hier sehen wir, dass das weit hinausgeht über diese Frage nach der Diachronen Selbigkeit. Deswegen meine Take-Home Message. Die klassische antike philosophische Antwort lautet unsere Substanz bleibt immer dieselbe, unsere Akzidenzien ändern sich. Die klassisch moderne philosophische Antwort unsere Identität ist einfach die Kontinuität unseres Bewusstseins oder unserer Erinnerungen oder unseres Inneren. Eine provozierende neuere Stimme haben wir gehört. Es kommt gar nicht auf uns selbst an. Jemand anderes könnte unsere Pläne auch ausführen, wenn sie oder er exakt dieselben Erinnerungs, dasselbe Mindset hätte. Jetzt aber, dass so viele Fragen offen bleiben, zeigt, dass die Frage nach unserer Identität nicht allein von der theoretischen Philosophie beantwortet werden kann. Wir brauchen dazu die praktische Philosophie, die nämlich nach dem Guten fragt, zum Beispiel nach dem, wer wir sein wollen, womit wir uns identifizieren und was wir wem versprechen. Wie können wir sicher sein, dass wir über die Zeit dieselben bleiben? Ich habe euch einige Antworten präsentiert, und dazu, dass viele Fragen offen bleiben. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Philz Philosophy. Auf Wiedersehen.